Es wird wieder Zeit für ein Sparkassen-Video. Ja, Junge. Jungs, es macht doch gar keinen Sinn, du hast doch eh kein Geld auf dem Konto. Pro Liegestütze, den ihr macht, kriegt ihr jeweils 1 Euro. Seid ihr bereit? Junge, sag dir ganz genau, wie das sein wird. Als allererstes wird alles richtig unfair. Du bist so ein schlechter Verlierer. Adam macht die ganzen Liegestütze falsch, ich mach sie richtig und trotzdem lässt du ihn gewinnen. Stimmt doch gar nicht. Danach werd ich plötzlich der Gewinner sein, dann gibst du mir deine Bankkarte und sagst, heb ab, so viel wie du willst, ich heb extra nur 5 Euro ab und du willst trotzdem kein Geld auf dem Konto haben. Jetzt fangen wir mit den Liegestütze an, seid ihr ready? Nein. Junge, seid ihr ready? Abdul, das ist eine falsche Liegestütze, du kriegst keinen Cent. Guck einfach zu Adam, er macht es richtig. Guck, er kann die sogar einhändig. Abdul hat nur 2 Liegestütze geschafft, Adam hat 100 geschafft und der Gewinner ist Abdul. Hä, ich hab's doch gesagt. Nimm meine Bankkarte und jetzt darfst du dir so viel abheben, wie du willst. Erstmal machen wir die Bankkarte rein, Bargeldauszahlung. Jetzt gib ein, wie viel Geld du willst, egal wie viel. 5 Euro, bist du dir sicher? Ja. Hä, Junge, was ist das? Tut mir leid Abdul, wegen Corona hab ich einfach kein Geld mehr. Junge, das ist 2 Jahre her. Es gibt eine neue Variante, die heißt Anuruk. Das ist Corona rückwärts gesprochen. Ich weiß. Ich dachte, du merkst es nicht.